Aus Wolfsburg in die Deutschrap Champions League, jetzt endlich mit Fertig im Debütalbum heute im Studio. Herzlich willkommen, Dante YN, wie geht's dir? Was geht, Bro, bei mir alles bestens. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ey, endlich deine Debütplatte am Start. Nach zwei EPs und sehr, sehr vielen Singles. Erstmal erzähl mal, wie fühlt es sich gerade an, das Ding endlich fertig zu haben, fertiggestellt zu haben und abgegeben zu haben? Todes, geil. Es fällt auf jeden Fall so ein kleiner Stein vom Herzen, wenn jetzt alles fertig ist. Ich habe richtig Bock. Ey, ich habe auch richtig Bock, du, ich werde gleich noch mal darauf zu sprechen kommen, du hast bei Insta schon so ein bisschen drüber gesprochen in den Kommentaren, was uns so auf dem Album erwartet. Die Platte, die heißt Dante größer. Genau. Was hat der Albumtitel auf sich so? Die Idee habe ich tatsächlich durch meine Fans bekommen. Die haben in den Kommentar-Sections bei TikTok, Insta, bei YouTube und so, haben die geschrieben nach jedem Release irgendwie so Dante größer als. Da dachte ich so, krass, das sieht eigentlich geil aus und auch eine geile Bedeutung. Safe. Und da das Album spezifisch sowieso um mich geht und auch so ein bisschen Persönlichkeit mehr zeigt, deswegen dachte ich so, es passt auch so vom Sinne her. Geil, Mann. Witzig, Alter. Auch den Fans so ein bisschen interaktive Freude gegönnt. Die haben auch mitgemacht. Ich habe gerade die zwei EPs angesprochen. Du hast zwei 21 und 22 EPs gedroppt jeweils. Kleinstadt Uniques und ein paar Sommerlieder. Erzähl mal, wie ist der Unterschied von dem Debütalbum jetzt zu den zwei kleineren Projekten, die du vorher gemacht hast? Und wie war vielleicht der Entstehungsprozess, da ist das Gefühl jetzt bei dir? Inwieweit ist das unterschiedlich? Ich würde sagen, die EPs waren eher Lieder, die von der Viper zusammengepasst haben, aber jetzt nicht unbedingt irgendwie einen roten Faden hatten, sage ich mal. Sie haben eben einfach zusammengepasst, deswegen haben die auf eine EP geklatscht. Aber bei dem Album würde ich schon sagen, dass ein roter Faden zu erkennen ist und dass da auch ein bisschen mehr, also ich habe mir auf jeden Fall mehr Mühe gegeben bei den Liedern. Das ist so der wesentliche Unterschied. Du hast auf Insta irgendwo geschrieben, dass du seit November, glaube ich, so ungefähr Bescheid weißt und die konkrete Idee auch hast von dem Album. Heißt das, die Songs sind auch seit November produziert worden oder es war einfach da, wo so der Gorschen fiel und du gesagt hast, okay, das ist ein Album? Sowohl als auch, also die meisten Songs sind seit November entstanden. Auf dem Album sind aber auch, ich glaube, zwei Lieder, die auch schon Anfang letzten Jahres produziert wurden. Ah, krass. Aber trotzdem noch zur Thematik gepasst haben. Also im November war es schon so, dass wir alle gesagt hatten, okay, es wird Zeit für Album, lass jetzt mal richtig, lass loslegen. Ich weiß noch, als wir zu der Sommerlieder-EP gequatscht haben, da hast du sogar gesagt, ey, ich habe schon Bock, ich mag das auch mit den EPs, immer so EPs zu droppen. Wo kam der Gedanke her, dass du dann doch irgendwann gesagt hast, nee, ein Album muss schon sein oder das fühlt sich vielleicht alles auch nach dem Album an bei dir? Ich würde sagen, auf jeden Fall durch die Fans auch, die haben jedes Mal auch gesagt, so ey, Album von ihm würde übertrieben krass kommen. Ja. Und auch von Management-Seite und von meinem Umfeld von Freunden, dass die alle meinen, ey, so langsam, es wird Zeit, mach mal was. Man kann eine Geschichte auch irgendwie halt geiler erzählen dadurch, ne? Also ein bisschen einfach die Thematik so tiefer gehen da. Mhm, definitiv. Das Album ist, glaube ich, komplett produziert von Maxi, oder? Yes. Alle 14 Tracks? Ja. Crazy, Alter. War das etwas, was du vorher so, wo du ganz genau wusstest, ey, ich will die Platte mit einem Produzent machen oder hat sich das ergeben? Ja, es hat sich so ergeben. Ich hatte auch Sessions mit anderen Produzenten, die auch mies geil waren, aber die Songs waren dann vom Soundbild her auch, fand ich nicht passend zum Album. Ja. Und deswegen war das einfach so ein laufender Prozess, dass auf einmal die Songs, die gepasst haben, alle von Maxi waren. Geil, Mann. An dieser Stelle Shoutout an Maxi. Safe, Mann. Erzähl mal, wie ist so die Dynamik, gerade wenn man ein Album quasi nur zu zweit dann macht, wie, erzähl mal ein bisschen so aus den Momenten im Studio vielleicht, oder wie ihr so miteinander gearbeitet habt über die Länge des Albums hinweg. Es war jetzt gar nicht Album, sondern allgemein mit Maxi finde ich es immer so ein Hand in Hand gehen. Also man versteht sich mittlerweile halt so gut, dass man gefühlt gar nichts mehr sagen muss. So er macht einen Beat, der einfach todesgeil ist. Ich mache dann einen Flow, der dazu passt und deswegen ist das so ein Hand in Hand. Du hast selber aber auch mal erzählt, dass du, ich glaube, ursprünglich sogar angefangen hast mit produzieren, bevor du gerappt hast, oder? Ja, ich habe mit 13, glaube ich, angefangen Beat zu machen auf FL Studio. Damals noch gecrackt. Ja, klar. Und mache ich eigentlich jetzt immer noch. Also die ersten Skizzen mache ich zu Hause selber auf FL. Mittlerweile gekauft. Nicht mehr gecrackt. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, dann mache ich die ersten Skizzen. Dann gehe ich mit den Skizzen zu Maxi und er baut einen eigenen Beat. Und meistens ist es so, nicht immer, aber oft ist es so, dass ich dann trotzdem das Arrangement mache und auch die Beatcuts. Und ja, also in dem Prozess bin ich trotzdem noch involviert. Geil, Mann. Was sind das für Sachen, würdest du sagen, die von ihm nochmal zum Beat kommen, die vielleicht bei dir nicht drin sind? Oder was addet er so zu der ganzen Mixtur, die vorher nicht da ist? Ich würde sagen, seine Kenntnis über Musik. Und sein Soundbild auch, was er schaffen kann. Das ist einfach so eine Atmosphäre, das könnte ich niemals. Und das habe ich auch bis jetzt von keinem anderen Produzenten gesehen. Das addet er auf jeden Fall dazu. Ey, ich finde das sehr geil. Erstens, dass du auf deinem Debütalbum bei einem Produzenten geblieben bist, weil das eben, wie du sagst, einfach die Soundbild so perfekt abrundet und man das Gefühl hat beim Durchhören, das ist halt ein Film. Und zweitens, das hast du auch gerade schon beim Albumtitel so ein bisschen erklärt, dass es um dich gehen soll. Es gibt kein einziges Feature auf der Platte. Genau. Nur Dante über 14 Tracks. Du hast auch bei Insta geschrieben, ey, ich möchte beim Debütalbum einfach mehr über mich erzählen und dass es mein Ding ist. Und ich finde es geil, ich finde es aber auch mutig trotzdem, weil natürlich heutzutage viel geht irgendwie über Features und das ist auch immer so ein Moment. Gerade wenn ein Album kommt mit 14 Tracks, sind viele Artists so tendieren zur Richtung, ey, ich will schon so ein, zwei Features als Highlights zumindest drauf haben. Ist dir das schwergefallen oder war für dich ganz klar, ey, das ist mein Ding, mein Debüt, ich will da alleine stattfinden? Ich muss tatsächlich sagen, der ursprüngliche Gedanke war gar nicht so. Ja. Es waren zwei Features eigentlich geplant gehabt, die aber nicht zustande gekommen sind. Und dadurch hat sich dann der Gedanke so rauskristallisiert, dass ich dann dachte, okay, wenn es jetzt sowieso in diese Richtung läuft, dann mache ich das Beste daraus. Voll geil. Aber sind so Feature-Songs oder Parts vielleicht auch so rausgeflogen oder wo du so gesagt hast, ey, ich habe die Songs zwar, die sind fertig, aber die kommen jetzt erstmal nicht aufs Album? Ja, also sowohl als auch. Es gibt auf jeden Fall ein Feature, wo auch ein paar Leute schon warten. Musste ich auch in meinen DMs schon enttäuschen, aber das Lied kommt auf jeden Fall nicht aufs Album. Das will ich danach alles rausbringen, damit das Album in sich stimmig ist. Ja. Deutsches Feature? Äh, nee, britisches. Uh, okay, das klingt interessant, Alter. Das wird geil. Ey, wir haben letztes Mal ja schon zu Sommerlieder gequatscht. Da hast du ein bisschen erzählt, so wer deine Inspirationen auch sind. Da fielen ja so Namen von Weezy, Chief Keef, Migos, aber auch deutsch, beziehungsweise deutschsprachig, so ein bisschen Simba und Young Huren hast du da genannt. Deswegen habe ich mich gefragt, gibt es im deutschsprachigen Raum überhaupt so Kontakt zu Artists, wo du sagst, ey, mit denen arbeite ich so ein bisschen und mit denen war ich vielleicht sogar schon im Studio? Nee, momentan tatsächlich nicht. Ich will jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber ich habe das Gefühl, dass in Deutschrap gerade so, dass man nicht gerne connectet oder zumindest viele Leute sind halt so drauf. Deswegen ist bis jetzt dann noch nicht wirklich viel entstanden. Vielleicht ist aber auch mein Vorurteil und deswegen probiere ich nicht mal zu connecten, ich weiß es nicht genau. Ja, aber ich meine, bist du auf Festivals diesen Sommer? Auf dem Rolling Lord in München. Okay, ich wollte gerade sagen, auf Festivals ist ja immer so ein guter Moment zu connecten, aber ich glaube, auf dem Rolling Lord bist du einer von ganz, ganz wenigen deutschen Artists. Ja. Da gibt es auch nicht so viel zu connecten mit den Deutschen, aber crazy, Alter, Rolling Lord. Digga, das ist ein geiler Slot, weil das ist halt das Ami-Festival in Deutschland. Wenn man sich das Line-Up anguckt, ist es schon sehr, sehr wild. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja. Da habe ich Bock. Geil, Mann. An welchem Tag spielst du? Am Sonntag, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube Sonntag. Weißt du, wer da so die großen Amis sind an deinem Tag? Ich bin ehrlich, nein. Ich habe nur einen Artists gesehen, das war Lucky. Ja. Und als ich das gesehen habe, habe ich gar nicht mehr weitergeliefert. Das hat mir schon gereicht, so wenn ich den sehe, Bruder, bin ich komplett glücklich. Das passt auch perfekt, muss ich sagen. Ich glaube, Reezy, Ufo sind auch da, also das passt schon, das passt sehr, sehr gut. Ich habe gerade schon erzählt, gerade auch mit dem ersten Track, den die Leute auch schon gehört haben, schon okay, fängst du sehr, sehr erzählerisch an. Das ist ein Song, der, würde ich sagen, dein privateser und intimster Song bisher ist, so dein persönlichster Song auf jeden Fall. Du erzählst dort, also der Song ist an deinen leiblichen Vater, der dich und euch und die Familie sehr früh verlassen hat. Wie früh hat er euch verlassen? Also hast du ihn überhaupt noch kennengelernt? Ja, aber, also ich war so jung, dass ich, ich habe kleine Bilder noch so als Erinnerung, aber ich weiß nicht, ob das so richtige Erinnerungen sind. Ich war dreieinhalb, als er uns verlassen hat und ja, also sehr früh, ich war noch sehr jung. Meine großen Brüder waren ein bisschen älter. Ich glaube, die waren sechs und neun, ich weiß gerade nicht genau, aber die waren ein bisschen älter. Du hast zwei Brüder und beide älter, ja? Genau, zwei große Brüder, zwei kleine Halbschwestern. Ach süß, witzig, okay, geil, Mann. Ist dir das schwergefallen, gerade noch so nach zwei, anderthalb, zwei Jahren Karriere, wo du, würde ich sagen, relativ wenig über Familie gerappt hast und diese Seite so erstmal ein bisschen im Dunkeln gelassen hast, dann zu sagen, ey, ich erzähle das nicht nur auf einem Song, sondern auch noch auf einer Single und auch noch auf dem ersten Track des Albums. Also das ist so sehr, du versuchst nicht das zu verstecken, das ist so sehr prominent nach draußen. Wie war für dich so dieser Moment, erstens die Dinger zu schreiben und dann auch nach draußen zu bringen, so zu den Leuten? Also zu schreiben war auf jeden Fall so Selbsttherapie, das war auf jeden Fall mies geil. Aber das rauszubringen, das war auch eine kleine Hürde, die ich überschreiben musste, weil ich glaube, es war zum Teil auch so eine Angst einfach, weil man macht sich angreifbar mäßig, dass wenn Leute sowas Intimes über einen wissen. Und ich glaube, davor hatte ich einfach vorher Angst, dass so viele Leute wissen, was bei mir im privaten Leben abgeht. Aber da ich dann komplett abgeschlossen habe und auch cool bin, dachte ich mir, okay, das kann auf jeden Fall was bringen. Und ich bin auch mies glücklich, so was das anderen Leuten gebracht hat. Ich habe echt sehr viele DMs bekommen, so ey, danke für das Lied, das hat mir persönlich mies geholfen. Und als ich sowas gelesen habe, da dachte ich mir, krass, das hätte ich niemals erwartet, dass es so einen Impact haben kann. Ey, safe. So viele Leute, die wahrscheinlich ähnliches oder genau das Gleiche durchmachen. Gab es für dich, also hast du mit Leuten aus deiner Family gesprochen, bevor du den Song irgendwie rausgebracht hast? Gab es, ja? Meine Mama hat den davor, jeder hat den eigentlich davor gehört. Ah, krass, okay. Außer meine Kleinschwestern und mein Vater natürlich. Boah, aber das, ich, also ich kann mich natürlich nicht in die Lage versetzen, bei allem Respekt, aber ich kann mir vorstellen, dass der Moment, den Song deiner Mom zu zeigen, fast noch schwieriger ist, als der Song, als der Moment, den Song zu releasen für die Welt, so, oder? Habe ich mir auch gedacht, deswegen habe ich ihr den auch auf jeden Fall davor gezeigt, dass es nicht so ein Schock für sie ist. Sie war aber sehr gut aufgenommen. Sie meinte, sie war aber, wie sagt man, sie war sehr berührt, aber im positiven Sinne. Ja, voll, also du musst ja mega emotional sein. Wie haben deine Brüder darauf reagiert? Die meinten auch, krass, also bis jetzt jeder, auch alle meine Freunde, denen ich den Song gezeigt habe, jeder meinte Gänsehaut. Ich war schon kurz davor, das Lied einfach Gänsehaut zu melden. Also wirklich jeder meinte, Digga, Gänsehaut, Gänsehaut. Du hast auch, also du hast keinen Kontakt mit deinem Dad und? Doch, wir telefonieren ab und zu. Okay. Genau. Ist aber mehr so ein, ich würde fast sagen, Smalltalk. Man hat halt eigentlich keine Bindung miteinander. Ja, du rappst ja, glaube ich, auch auf dem Song irgendwie, ich werde dein Telefon abnehmen, weil die anderen zwei Jungs, die machen das nicht so. Ja. Hast du das Gefühl, oder hat er sich nach dem Song gemeldet? Nee. Okay. Es war so, ich glaube, irgendwann mit, was muss ich lügen, ich glaube mit 14 oder so, wollte ich dann mal Kontakt zu meinem Vater. Ich wollte wissen, wer er ist, was so abgeht. Ja. Das heißt, als erstes habe ich den Kontakt aufgebaut gehabt. Dann irgendwann, als ich für mich selber genug gesehen habe und mir mein eigenes Bild machen konnte, war das für mich auch eigentlich schon gegessen. Dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass es ihm auch eigentlich wichtig ist, noch irgendwie Kontakt zu haben und deswegen dachte ich mir, okay, so ihm muss ich da irgendwie auch mal die Freude machen, so die letzten, die letzten Jahre, so die er hat. Krass, also du weißt ja auch nicht, inwieweit der Song irgendwie ihn erreicht hat oder was seine Reaktion darauf war, ja? Nee. Ich kann mir vorstellen, dass er ihm gehört hat, aber ich glaube, dazu würde er nichts sagen, dass er es ausblendet. Spielt das für dich eine Rolle, wie er darauf reagiert hat? Nee. Dass er auch die Message vom Song so, egal was alles passiert ist oder wie er auch da den Song aufnimmt oder wie er reagiert, das ist mir relativ egal, weil das hat mich schon alles so der Person gemacht, die ich bin. Ja. Also ich bin mit allem cool jetzt. Ja. Trotzdem dauert das natürlich irgendwie auch eine Zeit, bis man so realisiert auch, dass das, weil du sagst ja selber, es gab ja verschiedenste Phasen von ey, ich will den kennenlernen und dann, ich habe genug gesehen, bis zu dem, was du jetzt so für Schlüssel, Schlüssel für dich gezogen hast. Wie, mit 14 hast du angefangen Kontakt zu suchen? Ich glaube so auf 14 oder 13, eins von beiden. Aber deine Brüder gar nicht? Nee. Die haben dann erst angefangen nachzufragen, nachdem ich den Kontakt aufgebaut habe. Interessant, Mann. Wobei auch ein Bruder eigentlich, der hat glaube ich einmal mit ihm telefoniert gehabt und seitdem auch nie wieder. Kannst du dir erklären, warum so der, das Verhältnis auch so unterschiedlich ist von den drei Brüdern zu ihm? Ich denke mal einmal Charakter, jeder arbeitet Sachen anders auf. Safe. Ja, ich denke mal, dass es das sein wird. Andere Traumata, die man irgendwie aufarbeiten muss. Safe. Die waren ja auch noch ein bisschen älter, haben mehr mitbekommen, einfach aus der Zeit und so weiter. Ja, das denke ich auch. Du raps offensichtlich auf dem Song natürlich auch kurz über deine Mutter und hast auch erzählt, dass du ihr den Song so gezeigt hast. Wie ist das Verhältnis wiederum zu deiner Mom? Weil das kann ich mir vorstellen, es ist dann umso enger natürlich, wenn man gemeinsam einfach sowas auch durchmacht über Jahre weg. Verhältnis ist, für mich ist es natürlich normal. Ich kenne ja keine anderen Verhältnisse. Deswegen würde ich sagen, es ist normal. Ja. Ist alles cool. Ich besuche sie einmal in der Woche meistens. Ja, geil. Lassen wir irgendwas Kleines, trinken Tee, quatschen ein bisschen. Du hast in einem kurzen Video, was ich bei PULS gesehen habe, wo du darüber gesprochen hast, glaube ich, einmal natürlich das Afrika-Mali-Tattoo, was du auf deiner Brust getragen hast. Und zum anderen auch eben dieser Zusammenhang mit deinem Dad, dass es dir natürlich schwerfällt, irgendwie auch diese Wurzeln greifbar zu haben und zu finden, weil natürlich die Family dort ist, eben schwierig ist, dort so Kontakt aufzubauen. Ist das etwas, wo du so versuchst, trotzdem mit der Familie auch Kontakt zu haben und das aufrechtzuhalten? Ja und gleichzeitig nein. Das ist halt die Sprache, die Barriere. Ich habe einen Cousin, der in Frankreich wohnt. Mit dem habe ich ab und zu Kontakt. Aber mit Französisch ist es auch nicht das Beste. Also ich brauche eine Nachricht, mies lange. Und auch um die Nachricht von ihm zu verstehen. Aber wir hatten, mein ganz großer Bruder und ich, hatten eigentlich geplant, dieses Jahr im Sommer nach Mali zu fliegen. Ja. Und da immer die Familie kennenzulernen. Damn. Ich hoffe mal, dass wir das alles umsetzen können. Ah, und meinen Vater nehmen wir tatsächlich sogar auch mit. Wirklich? Ja, das war der Plan. Oh, krass, Mann. Ja. Damn. Das ist auch natürlich so dann die engste und meiste Zeit, die ihr mit ihm verbringen werdet, seit Jahrzehnten, Alter. Das denke ich auch. Ja, krass. Wow. Wie fühlst du dich, wenn du daran denkst? Ich finde es geil. Ja. Weil ich sehe, also für mich einmal geil, weil ich dann meine Familie kennenlerne. Ja. Ich sehe, woher die Vaterseite, sage ich mal, kommt. Ja. Und geil auch für meinen Vater so, dass er halt das nochmal mit seinen Kindern erleben kann. Das denke ich mir. Safe. Voll. Ja. Aber voll intensiv. Auch mega emotional so. Ja, es wird interessant. Ja. Ich bin gespannt. Alter, crazy. Du hast zwei ältere Brüder und auf Wikipedia steht, dass du, glaube ich, Musik angefangen hast zu machen, sogar mit einem deiner Brüder. Ja. Also einer von denen ist auch musikalisch richtig. Beide sogar. Okay. Mein ganz großer Bruder geht in die Techno-Richtung. Oh, wow. Und der andere große Bruder ist in R&B-Richtung. Okay. Habt ihr, wie ist es heutzutage, wenn ihr alle drei Musik macht und da dann auch Austausch macht, vor allen Dingen, wenn ihr so, also R&B und Rap sind natürlich ein bisschen näher, aber Techno ist natürlich weiter weg so. Wie ist so der Austausch, wenn ihr zusammensitzt und über Musik so quatscht und einfach alle drei Musiker sind? Das ist relativ witzig so, weil halt alle verschiedene Musikgeschmecke haben. Ja. Und wenn ich mir dann die Lieder anhöre von meinem ganz großen Bruder mit den Techno-Sachen, sag ich ihm halt jedes Mal, Bro, es klingt geil produziert vom Sound her, aber ich fühl's 0,0, Digga. So bin ich dir ganz ehrlich. Ja. Und von dem anderen, der R&B macht, ist eigentlich, also für mich persönlich jedes Lied mies geil. Ich höre persönlich auch mies gerne R&B. Ja. Aber das heißt, der Austausch ist da, ja halt, jeder hat seine eigene Meinung. Kann dein älter Bruder wiederum mit deiner Mucke was anfangen? Habe ich ihn um ehrlich zu sein noch nicht wirklich gefragt. Ja. Ich weiß nur, also schon okay, das Intro, das fühlt er auf jeden Fall. Ja. Ist ja aber auch an sich so kein Rap-Rap. Ja, safe. Das ist eher so Storytelling. Voll. Gibt's auf der Platte mehr in der Storytelling-Richtung auch? Ja, so immer vereinzelt, aber so richtig Storytelling ist das Outro. Das heißt schlaflos und da ist, ich sag's mal, einfach Gedanken von mir wieder geschrieben. Ich weiß nicht, kennst du Hopsin? Ja. Ja, safe. Kennst du Illmind of Hopsin? Ja, ja, ja. Ja, auf jeden. Damn, Alter, hätte ich nicht gedacht, dass du Hopsin jetzt auspackst, Alter. Mhm. Krass. Kennzeit, Bruder. Wirklich? Hast du den damals auch gepumpt, ja? Safe. Crazy, Digga. Boah, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was Hopsin macht mittlerweile. Ich hab null Ahnung. Ja. Wirklich. 0,9. Ja. Ich bin dir ehrlich. Ich hab auch so eine halbe Sekunde überlegen müssen gerade, aber ich hab einfach den Namen schon seit Jahren nicht mehr gehört und gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Krass, aber Hopsin war wild, Alter. Auch technisch sehr, 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 sehr krass. Das war so, damals meint die alle so den schwarzen Eminem, ne? Ja, Mann. Der war technisch wirklich andere Liga damals, Alter. Krass, das ist so ein Einfluss, den ich gar nicht bei dir gesehen hätte, weil die anderen Sachen, die du immer genannt hast, von Weezy und Keith und keine Ahnung, Amigos so, das hat voll gepasst. Das hört man, finde ich, auch musikalisch irgendwie raus, aber Hopsin hat mich voll off guard gecatcht jetzt bei dir. Ja, das habe ich Influenst natürlich auch. Aber der Hauptgrund war tatsächlich Dave. Okay. Ich weiß nicht, welches Album das war. Das war das mit diesem Löwen, glaube ich, eins seiner ersten. Ich weiß noch nicht, welches Lied das war, aber das ging sieben Minuten, glaube ich. Und er hat so viel gesagt und auch so viel Deepes. Ich habe mir das Lied, glaube ich, drei Meter aneinander gehört, weil ich nicht alles direkt verarbeiten konnte. Ja. Und da ich mir auch ähnliche Gedanken mache, dachte ich mir, krass, das ist auch eine nice Art, das zu verpacken. Ja. Und dann kam da das Movement. Damn, ey, ich finde das geil, so wo deine Einflüsse alles herkommen. Also von UK bis US durch die Bank hinweg, so technisch bis vibey, alles ist am Start, Alter. Das ist geil. Du musst eigentlich mal deine Playlisten teilen, Alter. Mal zeigen, was du so hörst. Machen wir noch ein Interview, oder? Ja, ja, ich glaube, da ist viel, viel gutes Zeug drin, auch für die Leute, Alter, draußen, die gucken können, was du so hörst, Alter. Eine Sache, wo ich mich frage, ob das vielleicht auf dem Album, wenn du sagst, da geht es thematisch ein bisschen deeper, da geht es auch ein bisschen mehr um dich, wo ich mich frage, ob das auch mehr irgendwie auf dem Album thematisiert wird, ist das Thema Drugs, weil das spielt natürlich voll die große Rolle auf deinen Singles auch die letzten zwei Jahre. Und teilweise auch echt harte Sachen, also von Tilidin bis, keine Ahnung, Lean, Zannis, alles ist da drauf, so. Und auf den Singles hat das natürlich, also ich verstehe, das ist ja Teil des Lifestyles auch und einfach deines alltäglichen Lebens. Und das hat auch auf den Singles immer so einen, es nimmt einen alltäglichen Platz ein. Es wird erwähnt, es ist dann da. War das Album vielleicht eine Methode oder ein Zeitpunkt für dich, auch mit dem Thema mehr oder tiefer umzugehen? Ich schaue es auch gerade in dem Auto, habe ich auf jeden Fall das tiefer thematisiert. Sonst würde ich sagen, man kann es zwischen den Zeilen, sag ich mal, rauslesen, was ich eigentlich, ob ich den Drogenkonsum möglich gut finde oder nicht. Ja. Also ein bisschen tiefer geht es schon. Du gehst passend zum Album auch auf Tour? Yes. Die Dates stehen schon, ne? Genau, Ende November. Ende November, ey geil, ich habe gesehen, du hast auch richtig, richtig geile Locations. Also die ganzen Locations, ich glaube, das ist eine geile Größe, weil manchmal, gerade die letzten Jahre haben Leute die Karriere gestartet und haben dann so diese Größe übersprungen. Aber ich finde das sehr schade, weil Gloria in Köln zum Beispiel ist einer meiner Lieblingslocations überhaupt. Ich glaube, die Größe, das ist sehr, sehr schön so. Das ist eine Tour, die du, glaube ich, sehr genießen wirst. Wie viele Städte spielst du da? Bruder, sechs. Okay. Ich glaube, das waren sechs. Ey, es wird stark, Alter. Ich habe richtig Bock. Ja. Letztes Mal Tour war, letztes Jahr war ja mein erstes Mal Tour. Ja. Unnormal geil. Also wirklich unnormal geil. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich da so einen Gefallen dran finde. Ja. Ey, deine Fans sind ja auch schon ziemlich krass am Start so bei dir, verfolgend übertrieben. Und ich war letztes Mal auf Tour nicht dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass du live auch richtig gut abgehst. Also dass der Sound auch sehr gut funktioniert, oder? Also vom Feedback her würde ich sagen, ja. Ich bin jetzt dieser Insta-Kommentar, wo du einen Song gedroppt hast und die Leute fragen schon direkt, wann kommt neues Zeug, Alter. Aber klar, du hast jetzt dieses eine große Projekt in der ersten Jahreshälfte, du hast die Tour in der zweiten Jahreshälfte. Wie malst du so den Rest da drumherum aus? Also jetzt momentan ist gerade so der Gedanke, dass man im Sommer noch ein paar Sommerdinge rausbringt, die es nicht aufs Album geschafft haben. Aber da steht es noch nicht in Stein gemeißelt. Okay. Aber ich denke mal, darauf wird es hinauslaufen. Mit den Dingern, mit Albumen, mit zwei EPs, dann Festivals abreißen gehen. Ey, Rolling Load wird, glaube ich, auch ein sehr, sehr geiler Moment. Ey, ich hab mies Bock. Und dann die Tour, Alter. Sehr, sehr nice. Dicker, Dante größer. Leute, zieht euch das rein. Dante, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, Alter. Vielen Dank für deine Zeit, Bro. War richtig geil. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal, ja? Yes. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Nice. Tschüss. 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 Tschüss.